Shadow Tactics Was ist das? Ich denke ja mal, ich muss hier runter. Naja, gehen wir mal dahin. Gucken wir mal. Ich überhöre auch ein bisschen Dauern mit ihm hier. Okay, kann aber auch scheinbar recht schnell sein mitnennen. Wir müssen die Vegement. Da sind wir mal dahin. Bin mir sicher, die werden wir auch irgendwann mal sehen. So, dann gehen wir mal hier raus. Ah, cool. Oh, ho, 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 too many, I'm afraid. Most bring me nothing but trouble. Well, then, let us return to the safehouse and discuss the faith of Lord Yabu. Wie, das war es jetzt? Okay. Gut, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich habe gedacht, ich muss hier noch einen richtig langen Weg nochmal irgendwie raussuchen und mich durchkämpfen. Na gut, okay, Leute, wenn ich das gewusst hätte, dass es jetzt nur noch so ein schnelles Ding ist, hätte ich das auch in die letzte Folge noch gepackt. Ja gut, sei es drum. Dann gehen wir einfach mal in die nächste Mission. Dann sieht man nochmal, wie ich abgeschlossen habe. Naja. Ich habe natürlich so gut wie überhaupt nicht auf die Sachen hier geachtet. Ich will einfach nur versuchen, irgendwie durchzukommen. Aber, das ist ja auch okay. Jetzt sieht man. Mit Eiko habe ich 89% der Runde gespielt. Naja, die ist auch ziemlich mächtig gewesen in dem Fall. Gut, machen wir weiter. Gucken wir einfach mal in die nächste Mission. So, er hat den Knoblast genommen genommen und es kostet ihm nur ein Lack. Gut, gut zu sagen. Gut, gut zu sagen. Ich bin mir impressed. Was ist er jetzt? Gut, gut zu sagen. 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 Takuma-san, sind Sie bereit für den Feld? Ein bisschen russisch, vielleicht. Alles ist weniger in meinem Erinnerung. Dann lass uns die Strategie diskutieren. Lord Yabu'l'invielfalt ist. Er könnte nur mit Kagesama sein sein, aber ich glaube, er ist der Mann selbst. Nur eine Art, um herauszufinden. Wenn wir ihn wollen, besser gehen wir jetzt. Keine Ahnung, er wird uns kommen. Es wird noch eine gefährliche Mission sein. Dann müssen wir uns vorbereiten. Hier. Ich habe einen für alle von Ihnen. Pistolen? Ich habe noch nie gesehen, so klein. Nicht so schabby, old man. Ein letzter Ressort für die Zeit. Mein erste Beitrag. May Yabu'l'invielfalt sein. Ich hoffe, ich werde mit dir kommen. Du brauchst all die Hilfe, die du kannst. Oh, ich möchte auch kommen. Ich empfehle deinen Unterstützung. Sehr gut. Du hast meine Wunschungen, um zu tun, was es notwendig ist. Ich gehe nach Edo. Der Shogun will wissen, was unser Plan. Ich bin. Dann werde ich dich unternehmen. Es hat lange Zeit, seitdem wir ein glückliches Moment zusammengefasst haben. Ich werde mich gefühlt, Aiko-san. Wir müssen uns vorbereiten. Okay. 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 Ich kann auf Bord sein. Ich spreche wegen einer Schein. Ich glaube, Herr Jabbou will, dass ich das Käufe wünsche. Das heißt, ich bin bitteschön. Ich bin frei. Unjustified. Three bodyguards, armoured clothing, never leaves the courtyard. Don't think we should attack head on. He drinks tea, right? What? Such a fire. Er trinkt immer tea auf der kleinen Eiland. Nicht eine schlechte Idee. Geh diese Flaske, Kind. Du kannst ein bisschen Deathen geben. Was ist die Tower? Ich glaube, du kannst den Schlag von dort nehmen? Hm. Nicht unmöglich. Wenn wir ihn aus dem Koffer machen können. Seine Gäste. Sie werden ihn sterben, oder? Dann wird jeder für uns suchen. Das ist der perfekte Moment, um die Pistole des Matchlockes zu geben. Hmm, wir sollten sie bis zu diesem Punkt retten. Ich habe auch ein paar Bomben gekauft, um die Dinge zu sterben. Hehehe, gut zu wissen. Alles klar, lasst uns gehen. Jetzt haben wir mal ein interessantes Duo. Hier wieder Hayato und Sandinja. Yuki, die kleine Diebin. Und dann Meister Schützen Takuma, der jetzt hier scheinbar auch. Dann hier bei Dunkelschlosspistole. Tanuki. Granate. Und ein Gewehr. Okay. Überall hat er durchaus begrenzt. Die Möglichkeit ist einzusetzen. So. Dann schauen wir mal. Die Zwischensequenzwein ist auch wieder recht lang. Ich habe auch ganz schön viele Möglichkeiten mir hier angeboten. Schießen, anlocken, Tee vergiften. Oh, hey. Kann man die auch benutzen? Also im Moment wird es sich noch nicht so richtig wie sie machen soll. Aber aussehen tut es auch wieder geil. Also Level-Design und so, das ist echt cool. Okay, das ist ja alle dichter. Also wir können wirklich nur diesen Weg hier hoch gehen. Das ist tatsächlich richtig durchkämpfen, ja. Oh Backe. Das ist ja... Boah. Boah, wirklich jetzt, ey. So, ich muss mich... Hier kann man hochklattern rüber gehen, sonst okay. Ja, tut mir leid, das dauert jetzt mal einen kurzen Moment. Ich muss mir das erst mal als... ... angucken. Darüber klar werden, was man hier wie machen kann. Und dabei spiele ich das Spiel tatsächlich schon... ... oder ich versuche es schon schneller zu spielen, als es wahrscheinlich... ... sinnvoll wäre. Kann der eigentlich... Ja, klar, kann auch... ... kann auch genug laufen, ähm... Tsch, quiet! Let's see what's up there! Hehehe, so much useful energy! Ich versuche schon immer ein bisschen schneller zu spielen, aber dadurch kommen mir nur so viele Fehlerchen. Okay... Na gut, das ist klar. Er auch. So, das haben wir schon mal entsorgt. So, das haben wir schon mal entsorgt. Auf der Sitzung, auf der Sitzung, auf der Sitzung, auf der Sitzung, auf der Sitzung. Aber ich gucke keiner von oben. Näää. Spüchern wir mal... Spüchern wir mal... Why not enjoy the scenery? Okay... ... ne Wurst bei dir... Ich mag auch die Musik, die ist echt. Also ich mag das ganze Setting zu nahe, die ist immer wieder gefallen. Kann man nur so empfehlen. Entschuldigung. Der guckt. Müssen wir hier hinten rumgehen, eigentlich mal die Kamera drehen. Schade, ich dachte ich komme da oben hier rüber. Ein Dembusch da rein. Okay, da kann sie hoch. Hm. Sollte sie da hoch? Wir locken den mal ein, genau. Der hat doch hier so ein Maustier dabei. Okay. Wie weit läuft der Typ? Geh, Kuma. Er ist süß. Ich sehe deinen Freund. Haha, du kannst das sagen. Kuma. 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 Your turn. Nein, wir locken ihn doch mal an. Wie geht denn das? Okay. Ach hier, mit T. Nein. Ah, okay. Gott. Oh, das wird nicht. Ach. 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 Hyhi-hihihi. Hehehe. Well done. A wise choice, Kuma. Hih. You know what to do. Hm. Ready? Kuma! Kuma. Go. Achso der Kuma... Achso der ist jetzt... Immer da. Wie man ein vierter Begleiter, wenn man so möchte. Hm, yes. Soft, soft. Right. Shh. No, no, no. You are flick with the knife. Your life was hard. When you're alone, sometimes people want to hurt you. The best one. People like that. I hurt them so bad, they'll never try again. Hm, an effective strategy, I'm sure. I'm just curious if he wakes up, when he comes out. I don't know if he comes out. It's not here. Of course, she's standing here and looks. It's not here to know. Let's go to the party. I know it's not, it's not good to know. Not like this. Jump, climb. Going. Es ist gut zu wissen, dass sie da drinnen bleiben und nicht immer wieder herauskommen, aber... Wenn ich sie in einen Buschschritt schmeiße, dann machen die irgendwann wieder auf und sind da. Ich habe mir nicht tödlich jetzt ausgeschaltet. Aber wenn man... Wie gesagt, wenn man sie in den Busch ablegt oder irgendwo, dann sind die immer wieder da. Moment, sieht es ganz gut aus. Was würden die da drinnen? Nein. Oh, guck mal einer an. Guck mal einer weiter hoch. Ne. So schnell erst mal nicht. Na, die noch irgendwie nachziehen hier. Oder klappen. So ist ja der Zivilist da. Oh, du bist so schade. Ah, jetzt kommt der Ball ja wieder raus, oder? Ne, wisst ihr was? Wir machen das in der nächsten Folge. Wir sind ja ganz gut vorangekommen und durch die Zwischensequenz ist natürlich das spielerische jetzt ein bisschen kurz gekommen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ihr unterstützt uns weiterhin. Lasst ein Like da. Oder ein Abo. Das wäre natürlich noch cooler. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Friat Reflex kosten cuff pick. Bis zum nächsten Mal.